Erstmals seit der Machtübernahme der Taliban ist am Freitagmorgen ein Abschiebeflug von Deutschland nach Afghanistan gestartet. Das berichtet der Spiegel. Demnach hob eine Chartermaschine der Katar Airways mit 28 afghanischen Straftätern am frühen Freitagmorgen von Leipzig in Richtung Kabul ab. Die vom Bundesinnenministerium organisierte Abschiebung sei seit gut zwei Monaten unter strenger Geheimhaltung vorbereitet worden, schreibt der Spiegel. Die betroffenen Straftäter, die aus verschiedenen Bundesländern nach Leipzig gebracht wurden, erhielten vor dem Flug jeweils 1000 Euro Handgeld. Nach Spiegelinformationen hat die Bundesregierung nicht direkt mit den Taliban verhandelt. Stattdessen wurde das Emirat Katar um diskrete Unterstützung gebeten, da Doha über enge Kontakte zu den Taliban verfügt. Diese Kooperation half, die wichtigsten Hürden für die Abschiebung zu überwinden, denn direkte Verhandlungen mit den Taliban als international geächtete Organisation sind tabu. Weitere Abschiebungen sollen möglicherweise über andere Nachbarländer Afghanistans wie Usbekistan erfolgen, um die Abschiebungen in größerem Umfang fortzusetzen.